Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Monster-Stream mit dem fetten Merlin, herzlich willkommen. Mega, wait, what? Merlin. Das musste sein, sorry. Ich habe dir beigebracht, dass wir so wichtige Wörter nicht sagen. So wie N-I? Ja. Okay. Merlin, du bist eine Enttäuschung. Ja, du will auch. Flix, was geht? Ich war der erste Liker. Das ist ein Red Flix. Auf Ansage, erste Wunderin. Ben, was geht? Wenn wir nicht gewinnen, dann ist es so. Vielfalt Plus. Das ist unser Minimum, habe ich gehört. Wie viel Plus? Monika, was geht? Vielfalt Plus machen. Wie viel maximal? Machst du Minus? Ja. Wie viel? 20. 20. Okay, ich muss ihn noch mal kurz sehen. Äh, wo meinst du denn hin? Also mein, 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 meinst war das mal gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gestern im Stream hier gelandet und hier gelandet und meine Meinung, da wo ich gerade markiert habe, ist mega okay. Da nahe es höchstens immer so ein Spieler mit. Beziehungsweise da, wo ich solo gelandet bin, sind da vier mitgelandet. Ich würde lieber dort landen, weil es nach Spiderman, da kommen wir Rotation, zum Fluss, da können wir angeln und dann kommen wir nochmal dorthin, wo du markiert hast. Und dann landet auch niemand. Aber mein, wir können auch dort landen, ist nicht das Ding. Ist mir das egal. Anders da landen, wo du markiert hast. Okay, dann machen wir das. So, Legend, was geht? Ich werde nur noch gerne gleich geklappt, bauen wir mit mir rein. Let's go. Ja, einen Moment, ich bin gleich die Nachricht anfliegt. Meine Waki sind schon Schisse. Ah, seit Waki, ne? Ich sehe ich an der, wo hier gelandet ist. Ganz oben am MPC. Der hat mir Holz gegeben. Ich sag's ja irgendwann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese schwere Shotgun ist so OP, ne? Ist sie auch. Das ist halt die OP-ste Shotgun. Ich hab gestern so gut mit der aufräumen können. Aber trotzdem ist die MP besser. Ja, MP sowieso. Also tut mir leid. Okay, Legend. Es ist ja bald 15 Uhr. Weil wir wirklich nicht aufhören. Ich muss mal Aufgaben einfach machen. Vielleicht morgen. Lassen wir bald neue Season aufkommen. Let's go. Ich kann mir jetzt auch so nochmal so zwischendurch einen Updaten, ne? Mit irgendwelchen... Weil da haben wir ja auch irgendeinen Trailer bekommen. Keine Ahnung, ob du den gesehen hast. Den Trailer. Meist du den neuen Skin? Ne, die haben irgendwelchen Battle Pass-Stufen-Trailer. Ja. Das sind jetzt ein Ding-Zoom. Das ist ja jede Woche... So ein... So... Ding-Zoom. So wie den Battle Pass. Wo man auch den Battle Pass mal aufheben musste. Weißt du noch das? Dinge? Hm. Das ist jetzt genau dasselbe. Bloß halt, dass man, wenn man es einsammelt, immer ein Level aufsteigt. Aber ich glaube, dafür braucht man halt zuerst einen Skin im Paket für 1200 V-Bucks. Ja, moin. Und ich hab kein Geld. Also ja. Aber vielleicht bin ich heute Nintendo-Karten. Äh, brauchst du ein... Kommst du her? Für lila Ranger? Kampf? Wirklich? Ja, ich hab's ne... Grüner. Ein Hit. Hat zwei Hit. Wir müssen versuchen, am besten kein Damage zu taken. Hab ich nochmal 100? Ja, ich hab's gemacht. Das ist geil. Schön, Mali. Schön. Äh, möchtest du die? Echt gerne. Okay. Damit es ein bisschen schneller geht. Wo wollen wir hin? Äh... Wo willst du hin? Du willst ein Scherp. Ich bin noch nie gelandet. 50 Euro pro Nase. Ja. Bin noch nie gelandet. Also lass mich nur. Sonst sind wir eigentlich immer nach links gesteppt. Sind noch nie in unserem Leben nach Rocky gesteppt. Das ist glaube ich auch ein Fehler. Lass mal nach links. Nachdem wir gelandet sind. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Sind wir dann halt erst mal Richtung Zone gelaufen. Wir sind auch dann schon mal von hier nach hier unten rotated. Was heißt Trio? Ähm, Trios. Achso. Gestern. Ich hab nur das Jungs kurz mal durchgeschaut. Also wo er zu Ende war. Ich hab nur das Jungs kurz mal durchgeschaut. Ich hab nur das Jungs nur Solo gesehen. Am Anfang hab ich so. Also wie erst halt Solo Arena. Weil du gestrackt hast. Aber zum Schluss hatte ich immer Trio. Ja, keine Ahnung. Ich bin gay. Und am vollen Stream hab ich nur Solo gespielt. Ja. Und ich muss frisch zocken. Ich bin scheiße wie sonst was. Alter, die Ruhe. Ich hab nur zu spät. Plus 10 Punkte. Yay. Da muss ich mal ein plus 10 bekommen. Das zweite Mal. Plus 20 Punkte. Ich bin nicht mehr Minus. Jetzt. Ähm, soll ich mir den nehmen? Ich will nehmen. Ich will erst mal meine MP wieder haben. Ja. Und vielleicht hab ich keine MP. Schade. Wo haben wir jetzt hin? Erst mal Zone, oder? Also ich hab schon Kildit. Sicher. Ich war ja, dass wir dort Spiderman haben. Wir können auch links einfach rum. Weil er hat jetzt noch Spiderman. Weil ich will take mit Spiderman. Auch wenn es nur 20 Schuss hat. Und nicht dort hin halt. Ähm, BL-Stream heute so 15, 16 Uhr. Pushen oder Minigames? Minigames, ne? Ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Können wir gucken. Das hast du, glaub ich, gepusht. Weiß nicht. Harkly-Würmchen einsammeln. Good, EP. Das ist ja auch noch angehen. Das ist ja auch noch angehen. Das ist eine Automatische. Ich hab schon eine Grüne. Ich weiß irgendwie, denk schon, es ist mehr. Striker mehr. Das ist Automatische. Voll Holz. Wenn du mitnehmen möchtest, weiß ich, ob du mitnehmen möchtest. Es hat 10 Schüsse. Ja, ich weiß, das wurde nochmal geupdatet. Nochmal runtergesetzt. Nein, das war eigentlich doch direkt draußen. Das lohnt sich gar nicht mehr. Das war ganz draußen. Von 80 auf 20 und dann wieder auf 10. Das ist ja so unnötig. Man soll sich das komplett rausnehmen. Ganz ehrlich, Epic Games. What the fuck? Ich hatte einmal, wo ich Solo-Arena gepusht hab im Stream, da hat mich diese 20 Schüsse so sehr gerettet, ne? Was ist denn da? Hinter uns ist ein Auto. Nee, das ist ein Automatisch. Ja, okay, das ist ein Automatisch. Da ist mein Sky-Based. Aber wie sagst du, hinter uns ist ein Auto? Nein, ich weiß nicht, dass die aussteigen. Es war aber eigentlich klar, die sind zu aggressiv hier in der Arena. Ich habe Aggressionsprobleme. Die pushen, oder was? Ja, da kann pushen. Anders wie ich meine Pirne. Alter. Ja, danke für den 23er-Headshot, wirklich. Alter, das ist ein Rücken-Game. Ich hau ab. Hab da gesagt, ich möchte das Crea-Spiel. Ah, die ist aber eh nur in der Arena. Ja, du bist so und sterben gleich. Keine Ahnung, ob wir das Jump-Pack kaputt geschossen haben, oder nicht. Glaube ja. Ich fühle mich überhaupt nicht offensiv. Da geht die Sniper doch weg. Und geh unter die Korn. Oder könnte er auch offensiv. Genau. Ähm. Oh nein. Reicht mal ein Auto, ne? Oder so. Können wir noch. Können wir noch Home-Pack. Wie aggressiv muss man spielen? Hier kommen wir jetzt so klein gleich. Nein, die bauen sich hoch. Bin nötig. Digga, hotel. Wie aggressiv. Gehst du auf den Kill? Ja. Wir haben null gemacht. So aggressiv kannst du nicht über auf den Kill gehen, ne? Einmal. Ja. Vielen Dank. Heute kommt ein PS-Video. Ich hoffe erstmal, dass wir das bis 15 halten können mit Club League. Der hat ja 31k gehabt. Ja, er war richtig serious. Wir haben zu ihm geschrieben, bzw. Chan hat zu ihm geschrieben, wollen wir Club League. Er ist einfach aufgegangen. Sass. Sehr geiler Typ. Wohin? Keine Ahnung. Passt mal ganz offensiv. Ich schicke halt immer noch nicht, dass die Spiderman-Schüsse 10 Schuss haben, alter wie unnötig. Das ist einfach unnötig. Fangen wir an schon sau wenig. Ich soll anfangen, wenn wir an wieder 20 machen oder komplett rausnehmen, also ganz ehrlich. In normalen Public 80 Schüsse hier in der Arena 10 Schüsse, alter wie unnötig. Oh, ich hab ne schwere. Ja, bei Safe haben die das ja nur gemacht wegen FNCS, das was morgen ist. Könnte ich mir jetzt erforschen, dass ich das wegen gemacht habe. Also, ich will mich dazu nicht auswählen. Das ist einfach... Ich hasse das Game. Michael, das geht. Ich schieße ihn auf den Kopf. Das trifft einfach nicht. Ich liebe es. Iwi. Iwi. Zwei Stunden. Blick. Hier oben bleibe ich jetzt. Trotzdem haben relativ viele noch nicht angegriffen. Dark Knight ist jetzt gelieft. Oh, es haben noch welche angegriffen. Heißt, 320. Gut, das heißt, der zweite kann uns auf jeden Fall nicht mehr überholen. Hat noch angegriffen. Chan hat noch angegriffen mit... Digga, hast du es gerade nicht gesehen? Nee, ich hab nur gesehen, dass einer vorbeigelaufen ist. Keiner hat unten. Es hat noch irgendjemand angegriffen. Keine Ahnung mehr. Oder Dark Knight hat noch angegriffen und es dann gelieft. I don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 16 Tickets. Und Bund greift das Beispiel noch an. Oh, mein, wird es hundertprozentig überleben. Ja, der... Schade. Aber die Sprayen heißt nur noch, ne? Gib mir den Pumpkern und den Pinern klär ich das. Ich hab den Pumpkern, aber kann nicht... Es ist halt so nervig, die Leute sind nur noch am Sprayen. Du bist Leve 1,8,10, ne? Was? Du bist Leve 1,8,10. 1,8,10, natürlich. Diese Leve werde ich auch für ewig behalten jetzt. Yee! Erst nach 1 Stunde und 8 und... 8 und 8 und keine Ahnung was. Minuten. Dann haben wir gewonnen. Am Kick. Ja, am Kick. Das wäre aber eine krasse Entwicklung im Gegensatz zu letzter Season. Fast Absteiger zu Aufsteiger. Ich soll euch mal sagen... Aber die Klubliege ist auch relativ. Ich expose jetzt. Wir werden jetzt diese Season wieder aufstehen zu Legende 1. Dann werden wir vielleicht noch erhalten Legende 1. Dann werden wir Legende 2. Und dann werden wir aber wieder so hart reinscheißen, weil wir uns fühlen, dass wir wieder müde streiten werden. Das Ding ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen halt jetzt aufbauen, sodass jeder angreift. Und dann ist Team. Und es dürfen halt nicht random Leute rausgehen, und das ist halt kacke. Weil wenn es dann knapp ist und dann halt insgesamt 8 Tickets jetzt schon fehlen, ist halt scheiße, ne? Hm. Hm. Schon wirklich? Hm. Also, die Gegner sind wirklich nicht die Besten. Das Ding ist halt, ich glaube, ich weiß, was er angegriffen hat. Also, SM Samu hat angegriffen, Tim hat angegriffen. Er Samu, da musst du einfach zwischendurch gucken, ob jemand on ist. Da kannst du angreifen. Wenn ein Bund on ist, der wird auch noch on kommen. Zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr. Bei der er aktuell noch gebannt ist. Wegen Jerry. Ich bin aber nicht gebannt. Er holt so. Da musst du immer zwischendurch reingucken. Greasy war die falsche Entscheidung, merke ich gerade. Wieso hast du überhaupt Greasy markiert? Weiß ich nicht. Nein, Marlin. Hocken wir. Oh, mir ist keine Waffe, nicht du. Nein, das wird so fett Minus. Oh nein. Ich werde aus der Luft angeschossen. Digga, ich werde aus der Luft angeschossen. So ein Müll. Wer wollte Greasy landen? Du. Ja, stimmt. Victor, was geht? Weiter halt auch so wichtig, ne? Wieder Legend. Okay, Greasy war die falsche Entscheidung. Ja, das stimmt, Paul. Ja, lebe ich hin. Oh, rest in peace. Mal gucken, wie lange du das noch hinziehen kannst. Mit dem Überleben. Du musst dir mit den Medi-Kids. Du hast dir Zeit, ganz kurz. Wer ist ja? Wer ist der? Ja, ist Fortnite-Profi. Also nicht. Also wir müssen defensiver landen. Okay, nicht mal Quisi. Wie viel Punkt hast du überhaupt? Hm. 4240. Ah, okay. Also machst du noch mehr Minus als ich? Ich mach Minus 30. Okay, läuft bei dir. Wenn ich Division 7 wäre, dann wäre das was. Vor allem, Bund hat gesagt, dass er Champion ist. Ist er nicht. Er hat gesagt... Ich finde den Namen wunderschön, Flex. Das war der beste Name, den man haben kann. Wenn er Champion wäre, dann wurde er nur gecarried. Und hat gekämpft. Alter, gerade ein wunderschönes TikTok-Video schwebt das bei Fortnite Cup. Das ist aber geil. Hams, das ist mein Stuhl. Böller, du bist Newton, ne? Weiß nicht, ich weiß. Hättest rausgeflogen. Null. mich hast du das du musst dir vorstellen das hätte geht so raus aber du hör ich höre ich trotzdem noch und regel die ganze mit dir was denkst du wie ich gesagt habe für das ist nun fast ich weiß da wäre so deine mutter kameran muss es sich stumm hoffentlich ziehst du was kriegst ich wünsch dir sehr viel glückst du dann möchtest du eine schwere pump kann haben ja bitte und denke ich auch in gold ja gibt es glaube ich in jeder variante so unfair die man die andere seite hoch na ja habe was geht ich habe so ein gefühl dass bei mir nur misst ich habe gott und egal ich habe einen richtigen kontrolle gefällt mir nicht nur noch in ihren haben ich denke mal morgen aber kein arena stream da werden wir pushen für pushen man ich bin behindert da werden wir denke ich mal public und aufgaben machen ja ich will mal unbedingt denke ich auch mal meine aufgaben machen um mehr nehmen willst du dir weil ich es tun würde gerne im k7 haben ja gefällt mir ich habe jetzt noch eine liga mp ohne sniper ich nehme mal mit kannst du machen da krieg ich mir nicht das sind jetzt halt mein karte liegt auf meinem gaming stuhl und wenn ich noch schlechter ich habe keinen buch auf stress mit dem karten als erst mal das ist lieber ja aber karte hauht ja einfach aufs mal ich habe ihn gestern auch runtergenommen der hat mich gekratzt weg noch mal gekratzt und gebissen ähm ja ne lass mal ab zum träsor ich war ja lang nicht mehr beim träsor da ja du wenden wir das kommt schnell bei haus ich sage jetzt nicht mehr prozent von 10 schließe 175 meint schon aufträger ab nur so wenig das mobbing ich habe ja flex hat auch das hast du auch mit bots gemacht habe ich nicht gemacht habe ich nicht gemacht nur die eine aufgabe mit autofahren aber sonst nichts was wie viel denkst du habe ich du hast safe 300 ganz ehrlich ich habe 325 es war halt so klar dass du über 300 hast ja ich mir da war nicht vor die bots hatte ich irgendwas mit 295 glaube du bist so verrückt nein bin ich nicht doch ich bin ein ganz normaler mensch nee ich bin mir nicht weiß da ist ein glückgrüne striker auch mal wie sie rein luken ich glaube wenn ich alle aufgaben machen würde bei 160 oder so ich habe irgendwie von tausenden wochen noch aufgaben ich habe also meine ganz ältersten aufgaben sind aus woche ach du musst da gucken ich weiß wolf was geht 25 ich habe war das gerade und wenn du das nicht bist du vielleicht契 Oct Pet You w w w w w w w w Mk7 Denkst du, wenn du einen Reboot hast, wenn du einen Reboot hast? Keine Ahnung Ich kann nicht mehr, Entschuldigung Ich kann nicht mehr entziehen Ich war noch gerade ein bisschen gegner, was sind die hier? Ja, hier auf dem Dach okay ich möchte nicht mehr fallen kann man wieder abhauen ein weiser mann hat mal gesagt du musst dich den kampf stellen und verrecken genau laufen weg machen sie weg das ist nicht gut die sind bei der markt von also krass und ich werde trotzdem nicht mit dem auto gefahren aber warte ich will ich will ruf möchtest du denkst du musst ohne fahren weil ich ja irgendwas säkeliges vor den schmutz wird das schon von wie ich der Viereck drückt wirklich? ja wie schlecht hehehe iwi hm iwi ich bin schwul wait what hm was sind eigentlich deine Waffen ey bliederne mk blaue schwere ähm grüne mp also stachler mp dann hab ich noch ne blaues sniper und noch 6 Laufpacks ok ich hab ne grüne Stryker ne Viren ne Stachel also mp halt äh ne Viren mk7 und ja und noch Minis und Medikids ich denke du die mich immer mitnehmen muss und siehst du die noch? nö jetzt mal hier oben stehen ganz ehrlich kein Bock auf Stress ok 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 komm mit hm die werden nicht gelasert ich hab Angst dass ich gelasert hm das wüsst du nicht hm das war's komplett ich dachte man muss sich anders wenn das noch gegner ähm ja so laser dein ist weit komplett dann hilft dann ist komplett white hm 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 ha ha helfe ich bin zweiter er hat gelasert in seine fresse egal ich habe ein buch gegeben der kann meine fressen reinen wumpen ins in dem maul ja jeder handel kies oh halli julia hast du mir ans blösch gern wenn ich 100 bin bitte mary danke aber danke mama kommt der arme gegen das mom mit seiner fresse da hast du mich jetzt so vor allem das geile ist ich habe random ihn so gelasert dass er 100 kassiert hat und deswegen mussten wir dann halt auf die drauf gehen das war halt unsere chancen ich habe nur so wie man gesehen das schiebe ich weiß wie die schiebe kann und mir so ok let's go und er hat dann noch einen schuss kassiert das heißt er war bei 70 oder so ich habe noch jemand reise ergeben dann hat er sich blubber gewinnen von mir nicht dann habe ich den wohnpunkt gegeben dann hat er 500 er 100 was für 500 kann man wieso steht hier mitten im raum wenn sie kein messer das gefällt mir nicht auf jeden fall sei er jetzt exploded der arme setzte gebäude in brand auf diesen aufgabe fertig perfekt was gerade hin das gefällt mir nicht aber wir dann die intrasse bauen wir haben auf jeden fall diese runde plus gemacht ne ja glaube ich kann sein wir sind im plus das ist unglaublich wir wollen das nicht im letzten online ich bin jetzt insgesamt von uns 1 60 also zocker 69 hat er genau hat norman 23er lesen zwei 1 1 1 einer versucht jump hat zu nehmen weil er genommen ich verhindere abgemacht habe ihn zu weg habe erstmal findet jetzt schön sehr sehr schön merlin das ist noch ein bing das ist eigentlich der loot von dem anderen ach ne den habe ich ja unten gefinisht da war ja was ähm das ist aber auch nicht so unbedingt sonst was kannst du nehmen falls du noch irgendwas brauchst ich hab' ich hab' mega gelasert mal ein alter wie hart aggressiv wird so auf den menschen drauf gehen wort der hell wie aggressiv die liebte das ist krank wie viele wie der einbruchst ja ist ein melden ist mir auch noch es wird auch noch ein gehäufer ja what the hell lesel einfach durch die wand durch ich habe dieses game ist so schlimm die karrie empfieh ja die gab es auch nicht scheiß es wird doch noch mal rein schade martin war knapp ich glaube es ist ein stuhl von meinem kater möchte es auch mit dem stuhl ja 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 Ja, da. Ja, da. Ja, da. Seid ihr verrückt? Lebensmittel? Ja. Wie viele Punkte hast du, Wolf? Nicht viele hat nicht lange gezockt. Wie viel? 555 555 oder 555 555 Deswegen willst du so offensiv landen, okay Merlin? Ich habe gehört, wir landen woanders. Wir werden sowas von direkt verrecken. Du? Vorhin habe ich bei einem Haus immer gelandet, aber dann ging es eigentlich. Man kann es mal nehmen, ne? Ich weiß nicht, wo ich landen soll. Ich lande hier, ich bin ein bisschen vorgleich. Ich habe Schild. Uiuiui Muss eigentlich immer zum nächsten Haus machen, das ist hier. Hab ein. Hilfe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Mein aim muss besser werden. Hab einen noch. Please, ich habe hier. Ich gehe rein mit Wolf. Finish ihn erstmal. Alter, was eine Kack-Runde. Mach es gut, wenn du wieder da bist. Ich habe kaum noch Muni, ne? Ich habe gar keinen Waffe. Ich versuche euch ein bisschen Deutsch zu carryen, okay? Hallo. Alles gut. Hier, Feuer. Hier, Feuer. Hier brennt's. Ich weiß, ich habe Schild. Ich habe Schild. Rechts im Haus, das bringt komplett ab. Ja. Wenn du uns. Ich habe keine Muni. Kommt so auf das Haus hier drauf. Wir können die ganz gut. Ich habe keine Waffe. Ich habe auch keine richtige. Oh, der hat mich gesniped so ein Müll. Wer hatte nochmal die Idee, hier zu landen? Ich wollte. Ich merks. Ich merks. Ich habe eine Deckung. Links sind Gegner, rechts sind Gegner. Hinten sind keine. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Hier, wenn du willst, kannst du das haben. Nein. Ich habe auch keine Muni, ist richtig. Also meine Air Muni ist fast down. Man ist einfach auch bald. Philipp, ich habe 18 Muni. Ja, ja. Oh, das läuft doch. Hier will ich runter bauen. Nein, dem Bau. Hallo. Hallo. Da kommt. Da kommt. Ja, dann. Fab Metz. Wurde er hießen. Nein, wieso? Ich dachte. Was für ein Edels, Merlin. Ich dachte, dingst uns. Ja. Hey, hier erstmal Wolf. Ich bin da. Wolf bist du. Schade. Wurde gelagert uns. Ich konnte nicht mal so schnell bauen, wo, ey. Ich habe diese Scheiße. MP, das ist so eine Scheißerfindung von diesem Game gewesen. Oh, so ein Müll. Mr. M was geht. Also wer diese MP erfunden hat, müsste man so aufs Maul hauen. Epic war es. Nee, irgendein Mitarbeiter hat sich gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Okay. Wie gab es das Telefonklinge? Das Telefonklinge. Geht euch. Geht euch. Ich geh nicht ran. Das ist in der Küche. Ich geh nicht ran. Das ist in der Küche. Ich geh nicht ran. Du kannst glaube ich nach hinten abhauen, ne? Ja. Könntest du. Wenn du auch safe gehen willst. Dann könntest du uns theoretisch. Hier re-riven. Auto, Auto, Auto musstest du fahren. Ja. Wie ist das? Die haben alles geklaut. Ja, dann lauf einfach weiter. Nach hinten. Oder du haltest in dem Container. Nee, er muss weg am besten. Ja, aufpassen die Leger nicht gleich. Ich kenne das. Das ist schon öfters noch. Ja, guck mal. Warte, warte Merlin. Hier. Ich habe markiert. Wo du hin kannst. Links, links, links. Genau. Ja. Bei mir auch nicht fehlt. Angesehen danach, ne? Ich war gestern live. Ne, die hören das aber. Die werden ja hinten zu pushen, ne? Ja. Ja, völlig zu kurz. Den musst du zu dem probieren, oder so. In die Richtung, ne? Ah, du musst rennen. Doof. Die nerven. Probier noch da hinten zu gehen. Und ja, heute kommt PS. Da hinten ist noch einer. Der wäre da auch mal außerdem. Ja, da hinten, ne? Ja. Der wäre am weitesten weg. Dann haben wir es endlich. Also da sollten die nicht drauf kommen. Das ist nicht sehr. Durch das Quad wird man es so easy gelesen. Ja. Ja, wie ich sagen, einer geht da und der andere geht ins Haus. Was das gerade war. Ja, okay. Ich geh dann. Ich bleib. Philipp kommt ins Haus, geh dann. Ich geh dann hier draußen. Okay. Ja. Müsst dann. Die würde ich nehmen, Merlin. Hoffentlich. Hier ist noch eine MK. Ach, danke. Was bekomme ich da aus der ersten Kiste? Eine Pistole. Guck mal, da hast du schon eine. Ja. Aber die habe ich dann blau bekommen. Ja, gut. Flex, Flex. Flexi. Na ja, die sind hier noch ne. Rechnung 345. Komm, die Schiffe. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Die haben uns verfolgt. Aber. Ja, wir müssen über den Vulkan weglaufen. Komm zu mir. Die sind bei mir. Die sind da hinten. Die sind da. Hinter mir zum Boot. Kann ich. Du musst irgendwie weg, weil wenn wir in den Falk gehen, verrecken wir. Ja, ich probiere gerade. Ich nehme es kurz. Ja, Pistole von denen. Du musst abbrauchen am besten. Ich bin lasert. Ich bin lasert nicht. Bei mir sind die noch. Ja, das sind die beiden. Die lasert. Da muss ich versuchen abzuhauen. Weil ich werde es definitiv nicht gegen die Scharfen. Wenn du irgendwie es schaffst wegzukommen, dann versuchst. Ja. Wie die Nerven vor allen Dingen, ne? Wie kann man sein, Dinger? Ja, der. Agro. Finde brennt ganz schön, weil... Die Sonne kommt noch, ne? Was? Zum knallenden Urknall. Die haben Spider-Man. Die haben Spider-Man. Das sind andere Gegner, ne? Das sind drei... 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 Ja. What the hell? Das sind drei verschiedene Teams, die uns angreifen. Oh Gott, das ist nervig. Ja, ich hab jetzt nicht dran gedacht. Merlin so im Krieg. Ist ja wirklich so. Ja, du bist... Die Toilette... Die Toilette ist immer das Wichtigste. Die kannst du dich immer gut verstecken. Du musst nur aufpassen wegen dem Fenster. Und der Tür halt. Oh, jetzt kommt er. Nicht bewegen. Alter, wie lebe ich überhaupt noch? Wie lebe ich? Ich sterbe gleich. Merlin ist verkämpft. Wie kommt nicht mal an Merlin so rum? Nein, du schaffst das. Ich sag mal, wir sind drei Gegner. Alle haben... Gerade nur mit einem Pigspark. Gegen andere. Oh, ne! Hinter mir wurde jemand beweif. Was soll denn die ganze Zeit die Scheiße? Die verfolgen einen aber auch. Merlin, was geht. Ähm... Perfekt. Carlo, läuft. Die hauen ab. Die hauen ab. Die hauen ab. Das Wetter-BS was geht. Die hauen ab. Du hast Merla ganz verstanden, Merlin. Wer bist du? Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Hinter mir wurde jemand respawnt. Ich muss jetzt auch weglaufen. Merlin, aber pass auf, die kommen noch. Ohne Schwere. Renne einfach ganz. Sneak und renn. Ja, du machst so. Ich könnte Wolfskar tun, aber ich kann nicht rebooten. Weil dann kommt sie uns nicht zurückgelaufen. Vielleicht kann ich rebooten. Äh, Truck wollte ich nicht nehmen. Ich würde sneaken, glaube ich. Weil die sind auch in der Nähe. Nee, die sind zum Füßen drauf. Okay. Ich hab die selbst gehört. Ich hab Soundeffekte an. Zack, die sind hier. Die sind nicht hier. Nimm doch, dann bin ich gut. Ey. Hast du los gehört? Ja, das will ich. Ich hoffe ich mal. Ich hoffe ich auch. Naja, die sind da. Die fahren mit dem Lambo weg. Die gehen so sleepy. Die wollen wir sleepy. Ah, die gehen wieder zum Stil. Ich konnte mich irgendwie hier hin. Ganz kranke Runde schon wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Kann man irgendwie Cut machen? Kranke Runde passieren. Und hohe. Ich hab's gut. Ja. Wer ich auch für. Oder brauchst du für. Philipp, wer hat da reingeschrieben? In den Chat. Das ist auf jeden Fall nicht der echte. Ja, das erkennt man. Ja, weil da wird ja sonst ein Haken stehen. Geh mal hacken. Kann man sich machen. Lass ihn. Geh halt den Chat reingeschrieben. Vor allem, du kannst auch einfach zum Kanal gehen. Ja, das will man. Da ist einfach Creator Code Pookie drin. Einfach der allerechte, der Zwillip, der selbst einen Creator Code hatte, aber Werbung für jemand anderen macht. Ha! Auch richtig krass. Ja. Ja, wenn's ja dann in deiner wäre, würde es ja markiert werden. In deinem eigenen Stream. Ja. Deswegen ja. Du hast ja einen Haken hinter deinen Namen. Und ich würde nicht. Bei jemand anderen Creator Code Werbung machen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hat Spaß gemacht zu spielen. Ich bin tot. Merlin rennt. Oh Gott. Merlin rennt. Merlin rennt. Achtung. Gleich kommt ein Heddy. Gleich kommt ein Headshot Snap. Ich kenn das. Ich sag mal, es war fast ein Headshot. Philipp, es hat Spaß gemacht mit dir zu spielen. Ich laufe mal weg, ne? Es hat Spaß gemacht mit dir zu spielen, Philipp. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit. Eine schöne Lebenszeit. Danke. Mit dem Truck weg. Ich muss hier weg. What the hell? Ja, ja. Wenn ich bei Merlin bleibe, verreck ich. Wer sind die eigentlich beim Ball? Wie sind sie da noch? Alter Mie, du. Ich bin froh, dass das wir hören draußen ist. Sonst wäre das ja ultra unfair. So, wirklich so. Mau. Oh, das ist, glaube ich, immer noch Weltuntergang. Bei uns geht's. Bei uns geht's. Oh, nee. Wurde ich denn jetzt markiert? Das ist ja irgendein Scheiß-Bot. Müll. Einfach Müll. Ich glaube, deine Markierung ist immer noch beim Bus. Das triggert ein bisschen. Passiert. Danke. Noch besser. Ganz einfach. Ich sag nur mal hier, ich sag nur mal eins, Schiff diesen guter Ort. Organisch. Also wenn ich dich noch irgendwie bebooten kann, ne? Fressen Besen. Ganz einfach vorne. Schiff diesen guter Ort im Improvement zu fahren. Du kannst die bei Cornerie bebooten, wenn ich so ein Mensch so. Aber wie man ist da und Schiff die landet, weil da kann man gut in den Mienen kämpfen. So beim Blut. Ich verloHau. Hat man das auch, wenn man da kämten kann? Na, so. Und kriegst du. Wir gehen hier runter ins Rhein. Sohär doch ins Rhein. Man zieht sich ja da auch. das waren die scheiß hacken es war ein ghost was geht das ding ist dass da irgendjemand ist in der sonne das war mir klar es waren die team jetzt von dem oder nee keine ahnung schade malin schade malin wir haben wieder bloß gemacht ja jetzt habe ich 630 langsam aber sicher komm ich hoch also solange wir nicht wieder da land ist ja alles gut bei dem endeffekt war es die ganze zeit nur verfolgung wir wollen die ganze zeit verfolgt könnte man geführt sagen wenn stream schneit da kannst du das gute rennerpunkte fahren wir die sonne mitspielt ja aber wenn auch gegner dann aber du kannst dich halt bei den minen das so verkämt das habe ich mit anderen leuten gemacht die haben dort haben wir gut auch in der gruppe geformt ja okay das ist nicht rein verstecken zusammen da werden aber auch anderen landen dann bin ich mir sehr sicher ich lande auf dem berg und gehen runter zu mir also ich gehe in die mine und will am besten direkt eine waffe haben weil sonst verrägert ich lande unten ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen ich würde hier unten guck mal hier sind nämlich direkt waffen ich lande oben drauf ich lande ich würde jetzt einfach zu oben landen da hast du mich weißt du mal eine kiste gespawnt und scheiße ich rutsche ab erstmal krass was gilt dann lud ich ganz kurz unten und dann komme ich wieder hoch warum trifft ihr nicht danke jetzt trifft er mal schon mal 100 stein ich hab schon wieder warum immer finde es ist natürlich jede runde so ja vielleicht auch das ist zu erfolgreich im mädchen ist es wirklich schon naja da gibt es nicht gerade so viel gut für diese runde das ist so mag ich nicht weil es klingt nein dafür weil es nicht so gut ist weil ich finde youtube bis heute noch dreist dass die random werbung auf meine videos machen das dürfen wir eigentlich gar nicht das die darf man eigentlich sogar aussuchen schon warte wo war das mit dem Minen war das war eins oben ne scheiße ich muss nach oben wir müssen nach oben ja wir müssen zu merlin dann hier dann aber könnten wir auch mit ich kann einen spot noch ja hier oben ist er wo ist er ja merlin warum hast du den Piki vergessen ich kann besser machen du komm mal mit hier dann irgendwo hier war das ja hier oben hier oben und dann rechts oder links hm 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 ja 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 oh junge wo ist das ich denk's grad nicht wo ist denn das was meinst du weißt du den hier nein ich komm nicht wo ist vergleichbar danke da würde ich da hin komm doch einmal hier hoch ganz ehrlich ja warte warte ich würde grad sagen wer liegt hoch ja okay mach doch mal kaputt dann ja einmal mehr unterstützen sympathisch ich würde mal sagen ich würde mal sagen es wurde gebotet also wenn hier jemand hochkommt dann ist früher mal den zu habe ich gehört ne ne nicht zu bauen weil die sehen uns eh nicht doch das ist nämlich offensichtlich dann dann heißt das heißt wir sind noch hier ich hoffe meine klinge sind so nicht durch ja möchtest du eine schwere haben lustig man bin ich habe hatte manis nichts ja ich bin ja mord ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin einfach nicht schweren hier stehen und dann wenn sie hoch kommen einfach hätte tot wenn der jetzt mal angerufen ich rufe mal kurz zurück ok ich bin ready soll ich falls jemand hochkommt den Taponierer ranziehen das wäre alles so an dir ja warte mal ich will mal was gucken ich gehe auf risiko ich bin noch alt ich bin hier noch müssen genau geh du da irgendwo hin und wir bleiben hier oben ich habe den spot gefunden ich habe den camperspot wieder du könntest theoretisch auch hier hin äh ich habe bei mir einen camperspot ne wenn wir herkommen ich habe den camperspot hier ist aber auch op weil dann können wir direkt totsprayen wenn du theoretisch in die ecke da gehst dann können wir von beiden seiten die einfach wegsprayen wenn jemand hochkommt ich wollte gerade sagen ich würde mich sogar gerne hin ich wollte hier hingehen aber ist ja egal ob sie dich sehen weil wir wollen sie ja dann eh wenn jemand hier hochkommen sollte ich kann nicht spielen ich bin scheiße ja schaffe ich ja genau da bleib einfach da es würde auch hier unten gehen das kann man auch gut kämpfen hier sind welche ich habe Sorgen würde kommen ich habe hier unten mein Auge drauf mein Herz baucht, Alter ich habe Sorgen vor allem bin Merlin gerade aufgerallt mach dich einfach schussbereit bin wieder da ok, perfekt ich bin hier unten Merlin ok ich bin stuck perfekt, ich bin stuck perfekt das Ding ist halt mein Dad ist arbeiten erstmal und dann dachte ich jetzt runtergeflogen dann wollte ich jetzt auf den Dachdecker anrufen und mein Dad ist LKW-Facher und dann kommt der ist 4er ja Münster M ey Philipp guck mal, ich habe einen Hünder Stein bausten Stein oder so ich habe 400 Steine ach, warte mal, ich mach den mein Name bleibst du hier rum? dann gucke ich ein bisschen wie es so aussieht und so und mach dann auch noch einen Kopf das Ding ist halt hier unten vielleicht greift mich auch jemand da dann kann ich nicht in die Mine flüchten dann könnt ihr die Dead Spray ja, kommen wir dann zu mir hoch und dann kann ich ihn springen oder bei Wolfi oder Wolfi wenn Philipp irgendwo rein rennt oder wenn ihr sagt, dass da irgendwie ein Gegner kommt dann komm ich rein so lange fahr mich ein bisschen ich komme nicht hin, verdammt ich muss euch halt einfach nur einen Schuss breit machen ich mach halt unten Kram, mach ich gerade ich schau mal kurz in PS wie es aussieht mach das ich glaube wir sind noch erster ja es hat noch welche angegriffen wir sind jetzt bei 320 gewesen letztens so ich bin, ich bin versteckt und wir haben immer noch 320 wir waren nur ein member hm? jemand ist gejoint wie heißt er? äh so jetzt also C2 also noch komische Zeichen also ich bin versteckt wie viel Pokal hat er? ich gucke ja hallo Philipp, wie geht's denn so? wir sind immer noch 2 und die anderen Clubs haben nicht plus gemacht also gefährlich halt plus gemacht na Philipp, wie geht's denn so? so er hat 24k 24,8k ok oder C ich will Gegner unlocken er hat jeden Brawler ja ey wir sind, guck mal wir sind genau im Zentrum der Zone 24k jeden Brawler 24 ne er hat noch nicht hat jeden gepusht zum Beispiel ja hm 24 gemacht hier ist sie zum Beispiel sie hat halt ähm er kommt was? gegner Quads sie hat zum Beispiel Fang, Squid, Mac, Lola und Grum noch unter Rand 15 ich hab so rum also der kann noch pushen oder wie keine Ahnung ich komm jetzt mal wieder in eine Mine rein um bohr passt mir nicht der will 69 flipper liegen stein die geben immer viel hier drinnen und die Mine geben auch halt Holz ne fahr mal schon ab fahr mal die Schiene ab warum geben die Dinger Holz und ich geh noch auf die Tal aber auch aus Holz ok ok aber auch Metall mhm ok ja aber am meisten hat sie eigentlich Holz das ist ja genauso wie Minecraft ne scheiße das ist ne Lüge sorry da sind DE aus Metall ich bin noch John ich bin noch John let's go strong dann bleiben wir einfach hier drinnen ne bei der Ausgang ist auch noch in Sonne ja ich hab ne blaues Sniper hab wirklich gesagt das ist der Ausgang jetzt hier und ich bin noch Zono gut wir sind safe halt so dass wir raus können ne wir sind halt so ne wir sind so dann machen wir das so dann Wolf geh erstmal wieder in die Mine weil sonst wird das nicht Alter das ist ein riesiger Baufight äh Dings um es geht mal vier Runde noch in den Kopf mit anzunehmen vielleicht irgendeine Anleitung ich bin einfach mal in einem Reich vielleicht treffe ich irgendwas Alter bist du verrückt was denn die sind mitten im Fight gleich kriegt der Hedgefurt Snape let's go hier deswegen ja das passiert mal das ist schon mal passiert und ich wollte den nicht mehr ok jetzt sind wir da raus aus dem Fight ich komm mit der Mine noch neun Teams ich glaube hier kann man auch gut campen bei mir kann man auch gut campen aber wo ist das Kopfgeld lass einfach ähm ganz normal die Mine keine Ahnung wo ist das Kopfgeld oder Skipkiles kann auch sein weiß nicht Wolf ich muss sowohl ans geben naja hier kann man sich auch gut hier unten gehen kann man sich noch besser campen kommentations Wolf du willst ja nicht schwung ich warte ich loote hier noch ein bisschen Atfer ich hab jetzt circa 1200 Metz ich loote hier noch mal ein bisschen naja gut nebache ja wie wird einfach da wurde jemand verbootet hm ich hab hier ne Kiste oder circa hier so jetzt mal behaupten ne war da war der falsche richtung irgendwo da in die richtung keine ahnung warte ich bleib mal draußen im busch und guck was abgeht geht ihr am besten in die mine falls irgendjemand hier kommt dann sage ich bescheid theoretisch können soll ich schild dieses schild oder minis minis glaube ich besser okay dann nehme ich mein expo noch mit ein kleines mottes wir sind so im kampf und philip guckt ein anderer kram noch wie like me wenn es zu mir abcalypse ist Ein Banane, ein Banane, ein Banane, ein Banane, hallo, äh, meine Kappen, bitte, danke, guten Tag, guten Tag, guck mal, ne ganz kleines Spiel, so, hm, das Ding ist halt, die ist einfach so fucking, die, guck mal, wie klein das hier ist, ist das, warte mal, das hier ist klein, dann guck mal, wie klein das ist, klein, komm her, ich piekse dich ans Auge, ich piekse dich ans Auge, theoretisch könnten wir, wenn wir überlegen, wie wir steppen wollen, hier außen lang, oh Gott, ich wurde gespandt, hier sind welche, ich auch, Feuerpistole, die wissen, wo wir sind, wir müssen weg, Berlin, ne, wir können auch spielen, ah, okay, das war, lass uns lassen, wir rauchen es ab, Zone kommt D, oder wir schwimmen Kurs noch hier, am Eingang, ne, kommt rein in den Busch, ne, die fliegt zu uns, die fliegt zu uns, die Fängelgleiter, ihr könnt rein in den Busch kommen, aber ist alles safe, alles safe, alles safe, kommt durch, ich hab noch mehr Deck-Nabel für uns alle, wir müssen aber jetzt schon, oder? Ähm, ich hab schon überlegt, wie wir das machen, wir könnten hier rutschen, hier außen, hier, an dem Haus hinten lang und dann rein, dann müssen wir aber jetzt schon loslaufen. Ja, lass das los, lass das loslaufen, lass das loslaufen, lass das loslaufen, lass mich nicht hier machen. Oh Gott, hier und das beide Männer. Sind wir hier beim Haus? Ja, das hast du recht, nämlich nicht mit, ich hab jetzt sechs Minis dafür, aber. Du kannst auch durchs Haus. Was, wenn ich was dann gucken, ob hier noch loot ist. Ungelootet. Wir bräuchten nur noch Biggyschen, haben wir heilen. Wir müssen aber zeitlich gucken, weil höchstens bis 30 am besten im Haus bleiben, weil wir müssen auch eine fette Korbe laufen. Ich hab's Minis hier, wenn man hier noch. Ich hab schon Minis, ich hab schon sechs. Oh, special ist das für neust, dann warten wir mal bitte. Dann komm ich mal. Am besten jetzt weiterlaufen, oder? Besser als Slurp machen. Komm her, Philipp. Mach's schon mal, platziert. Mach's. Ja, ich hab jetzt schon mal los. Dann los geht's. Noch ein bisschen außenrum, würd ich sagen. Ich fahr mal am Netz. Oh, ich hab's gut gemacht. Oh, ich hab ne Lila Sniper. Perfekt. Ich hab ne Blastracker hier für jemanden. Ja, wir müssen am besten hier so rein. Das wär gut. Da sind wir halt komplett außen. Alles klar, mit dem läuft. Ganz ruhig. Mit deinem Mod. Tschüss. Jo, was geht los, Alter. Äh, Philipp sein Chat. Geht Chaos ab und die machen einfach irgendeinen Scheiß. Die like die Schule. Wie schießen da? Was haben wir schon da? Oh, das ist die kleine Sohn. Wir haben kleine Sohn. Das ist doof. Das ist doof. Hier sind wir noch, hier ist noch mal ein bisschen loot. Gleich im Endgame, Philipp, TikTok. Oh mein Gott, Leute, die Zone geht einfach zurück. Die Zone ist gerade in die Zone. Oh mein Gott. Das ist ein Barcode, was? Das ist mir schon mal passiert und ich bin dann bisschen gestorben. Ne, das ist mir schon zu oft passiert. Oh, ein Biki. Wollen wir mitnehmen? Ich kann das, ich hab mir nichts. Feuers, ne, nimm Feuer mit, Feuer ist gut. Wir sind auch das, das hier rein. Soll ich Feuer mitnehmen? Anstatt zu sein P.I.? Das ist nicht in Daun, ne, Merlin? Weiß ich, weiß ich, aber trotzdem erstmal wird es schön hier. Wir sind ein Big Nils. Geht's Kopfgeld, nimm Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Ich bin mir gerade mies. Gut, bist. Wo Kopfgeld? Hast du da? Hab ich nicht mal gesehen. Hinter mir. Oh, Sohn. Ich hab Heilung. Alles gut. Ich hab Heilung. Ich geh zum Kopfgeld. Mach doch nicht mehr Ticks. Das ist hier in dem Bus. Hier, der Zone. Ähm, mich war stehen anscheinend ja schön ist ja noch hier oder weg das ist auch hätten oder ja ich geh zum haus wir sind so ein bisschen richtung so müssen wir schon mal hier können wir bleiben erst mal die kisten ich bin voll märz ähm biggie und mal Alter sieht nix sorry ich hab langweilig doch wir haben Mundi ich hab 44 da oben wurde jemand geweift wir können jetzt eigentlich in zone da sind safe gegner oder die sind gepettet die sind in richtung son gepettet hier sind wir in zone nach wie kann man bauen wir sind welche sind sie kann ich weiß ich habe ich auch gesagt kommt rein kann hier drin bleiben nützlicher steinbaum das läuft jetzt ja gut warte sind dort welche ich denke nicht keine aktive bewegung ich bin kein aktive bewegung nein ach stimmt da hinten ist ein loot warum liegt da nicht weil er gefeiert wurde das war nicht komm wir müssen arena punkte verampfen naja ne lassen wir ich hab mir den übel noch im notfall falls wir brauchen mal kommt zwei bleiben und einer stirbt wenn wir nicht hier kommt ich habe geht untersteigen untersteigen sich die zeit ne die bauen sich hoch ist ganz gut ich hab ich bin ein bisschen safe spiel ich gerade wir sind da hochgelaufen wir haben high ground wir können theoretisch ich glaube es ist noch niemand in der zone wir können theoretisch schlacken klein naja los ganz vorsichtig gut ob ich nach krägern holz geben ich hab 500 schon mal direkt wieder steigen wieder ist keine in richtung sauer ist gut das soll man gehen und das soll man gehen ganz vorsichtig sondern kriegen kein schaden nämlich langsam perfekt niemand mit spiderman er wird ins dinger wir müssen so laufen mit bauen nehmen wenn es reicht nicht ich habe michel wenn du ich würde eine frau ich würde eine oben machen eine oben nachdem wir sind wir safe ja die sind da oben wir müssen nach oben laufen die kriegen das nicht dauern wir müssen so oh gott so macht er 10 und 6 rennt 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 aber naja die runde noch alles leben noch für die teams leben noch vier teams leben noch das heißt alles nur noch ein alles vierer squads ja alles vierer squads nimm eine peilung mit das sind alles 5er takes sind ne 10er takes probieren sich mit zur saun zu halten ah du musst durchlaufen sneaker 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 oder droppen und sneaker und irgendwie hintergebrennen ja das ist doch oder du bräuchst jetzt fische ja aber ist gut gelaufen was hat denn da im stream für ein delay in 10 sekunden delay fünf sekunden oder drei sekunden waren es keine ahnung ne das sind mehr Philipp ist noch am Kampf gerade noch nicht dauern ne bei mir nicht im stream bei mir ist in der Lobby ich bin dead nein im stream aber ne bei mir dann hast du irgendwas falsch gemacht im stream ist in der Lobby also ich bin auch in der Lobby bei mir egal da muss ich vielleicht mal auf live drücken vielleicht tu doch mal das stream schließen und nochmal öffnen hm hat geklappt man ist aber auch immer kacke aber trotzdem eine starke runde ja also von mir aus wenn das so eine ganz kleine saun ist wenn da dann nicht mehr die saun ist ne das wäre so geil wenn sich dann die nicht mehr bewegt weil dann kannst du in deiner posi bleiben kannst wirklich das gute ausspielen aber dann musst du halt die ganze zeit laufen und das ist halt deine kacke Philipp soll ich mal sagen soll ich mal kurz PS-Update geben hm gerade gerade noch erster jemand hat angegriffen Team Pokale so hat er angegriffen keine Ahnung wer und die anderen Klubs sind komplett weit hinten also wir wären safe erster ich bin da der dritte also der dritte Klub also der dritte Platz gerade hat 215 also die zweiten können uns eh nicht mehr auffallen die kann nicht mehr die kann maximal 308 rauschen aber sonst nichts wir haben die 27 let's go der erste ist für safe oh nice nice wollen wir nochmal öten naja stimmt ja jeder wieder schriftlich ja aber den ersten konnte ich allein definitiv nicht hören ich muss halt noch irgendwie versuchen zu überleben ne hast ja auch schon fast ein Handy bekommen ne hast ein Handy bekommen von Sniper ne vor allem allein schon dass ich überhaupt einen Sniper bekommen wie lächerlich ja ok da sag ich ja aber Träger also ob jemand ein Sniper hat und dann noch Philipp sieht halt ist ok auch ne ja das ist ja ich wollte gerade sagen das ist ultra unwahrscheinlich oder er weiß er hat der FUT selbst an der komplette lautsteck und hört alles ja mann wenig kann einer sehen aber wie lagy kann man sein mit der Sniper halt noch Treppen ja wenn der noch Headshot geben alter what the fuck das ist wirklich lag ja aber der hat ja ein Bock gehabt wenn ich schon denn schon würde ich so sagen da ist immer schon wieder keine Kiste oben immer nur ich lande wieder berg ich hab zwei Pumps ich habe äh ich habe Jump Head ich habe Brunnen oh Merlin sorry ich hab nochmal Auto ne blaue wer will ne blaue was Auto ich glaube es ist nicht mal jemand ein Shifty geland ne das ist auch keiner ich glaube aber Schifty ist aber letzte Runde ist jemand da das hatte ich gesehen echt ja aber ich weiß es auch die Hiding Spot lang jetzt weiß ich ein Hiding Spot wieder wir sind halt komplett falsch wir müssen runter gehen eigentlich mehr warum finde ich jetzt ein Hiding Spot wir müssen Zona Rotation ne oh nö was ist das denn für eine Sonne das ist ja dreckig das ist ja dreckig Philipp ist noch da hm ich schreibe gleich mal bunt an will den zählt ja weil er ist jetzt seit zwei Tagen offline das passt also äh komm mal zu mir Wolf wegen des Fluss bitte komm mal ein bisschen weiter ok passt kann man nehmen kann man muss man nicht ich hab ihn angeschrieben muss also klappen wer will blauer du machst blaue Auto ne nicht er war ja sonst ist er ja wir müssen wirklich so ein Hema runter lass probieren so viel wie möglich Heilung zu finden wie er gehört ich hab ein medikett dann kannst du meins mitnehmen hast du frei ich bin kurz vor 3 kamen also sagt also die runde können wir die 29 hatten wir letzte runde eigentlich jemanden gekippt wir hatten aber gut placements bekommen über 100 oder so also wenn wir diese und eventuell ein killmann was am besten ein paar zwei bis drei können perfekt einfach ein trio ausschalten kann ich in das ist 21 punkte ich habe die uns plötzlich wir haben noch trug sie haben wir können auch mit den trug fahren oder nicht ich mache das ich nehme ja du kannst auch hinten drauf ja das gut muss dann noch hinten drauf einfach du musst ja gucken vielleicht habe gehen das irgendwie und der kopf erzähl es hier okay ich gehe gerade nur zur saun hier ist ein blutschock bei tildes ja okay der baumstamm ist unten nein ist er noch nicht jetzt ist er unten runter mit dem baumstamm ist auch bei mir ist nochmal kopfgeld ich kann auch nicht warum bitte gehst du das ding ist der truck ist eigentlich der lkw ist eigentlich für das beste auto weil man von hinten nicht voll gespürt werden kann und du hast halt auch 1200 leben hast du als lkw noch ja das negative ist ja daran dass er langsam wird aber auf straße aber du hast ja das ist ja das ding ist ein blau snapper und bei siegern ist da heißen angeschlossen nein er hat lange geschlossen ich bin weg oh gott oh gott da ist ein tanksteller tschüss boot nichts passiert nothing happened ich kann doch mit dem boot fahren ne warum ist das bouncy boot das einzige was unzerstörbar ist weiß nicht und bitte wo steigst du ein ins boot ich weiß nicht wo ich würde daher auch gut alter der noch für schaden flieger 1000 schaden gemacht was ich kann mich als rampe benutzen wollte ich bin keine rampe mehr oder warte doch ich glaube doch ja habe ich noch ich habe noch okay man auch kaputt heute warum stammt habt das zweite jump hat wenn ich euch mit dem wasser ist ein blutroppner soll ich der brett wegen dem feuer ist soll ich soll ich honger soll ich springen damit nicht schwierig kann op sein kann aber auch so bett seiner ist eigentlich du brauchst halt zeit geht es das sind doch gehen machen wir das weg die ich nehme ich nicht mit derzeit hat man den entgegen hat nicht wir gehen es mehr von entgegen aus das hat man kann auch im fight hat man kann äh legendary stinger und noch ein jump ist mehr in den komm mal her wirklich ist ein jump ist ja weil dann haben wir alle 1 zum abhauen ich hab eins er wollte nicht noch ähm ich hab legist ich bin gegen deren was legen ja ein volk wo dir hier die dinger dann bist du fast ich kann auch nicht gehen die ich nicht ganz ehrlich ich glaube ich bin fast ich bin ja mit dem marken da sind wir die dinger die dinger die dinger die dinger und da ist jemand anders drin ich bin saved ich habe ein taxi ich habe ein taxi ich habe ein taxi Jiu nein war keine Tolle nix da ist Das ist ziemlich OP, in ein Auto zu fahren, ne? Äh, zu campen. Oh, ich dachte, ich fahre. Alter, unser Koffer hat sich gucken, wo der ist. Weiß ich mal kurz noch, wo die Zone ist. Okay, jetzt geht's auf. Hallo? Hallo, kommst du? Hallo? Ich hab's schon immer geht. Der Junge, mach nicht die Fettzer kaputt! Sorry, warte. Dein? Zum Job? Ja. Ja, ich glaub ich... So viele Kämpfe wie möglich zu vermeiden. Und ich bin nicht gerade der beste Schaf. Ich bin Sonntagsfahrer. Wallabibi. Hella habibi, hamadipa. Ich will den Ballon kaputt machen. Sagt Wallabibi. Wallabibi. Was? Was? Ich bin da durchgefahren. Was? Hast du mich grad beleidigt, Merlin? Äh, Wolf gönnen noch ein Splashy, doch. Wenn du das empfohlen. Ich glaub Gott, hier ist da. Philipp ist eine sehr gute Tat. Das war alles... Das war alles Taktik. Soll ich nicht lieber fahren? Nein, kann nicht. Ich glaube, er musst du. Sicher? Okay. Wir sind. Danke. Ich fahr nicht anke, aber da sind... Beziehen kann ich, ich glaube. Da waren immer welche. Da waren immer... Ich mag, ich pack sogar ein. Okay, dann war mal ein. Okay, ich lass mich jetzt. Auf dem Behindertenparkplatz. Okay, das ist doch nicht. Nee, aber hier ist eine Kiste. Spannmann, Spannmann. Spannmann, Spannmann. Spannmann, Spannmann. Spannmann. Spannmann, Spannmann. Spannmann, der... Spannmann, der... Spannmann, der... Ah, 2 sind in mir, what the hell. Was hatten die für eine Mission! Ein... Einer darf verstrprucheln? Die wollen nicht zerstören. Das war ich ja nicht. Ich weiß... Der 3 sind gerade... Der 3 sind gerade aufICE단, das Team ist hier... What the hell?! Einer landet in mir, der andere landet neben mir. Was soll die Scheiße? Ich bin da... 3 li... Genau der hat mich gekillt Merlin Ja der hat aber die besseren Hits gekippt Sehr verdammt Stryker Nein mehr Banane Ich muss das erstmal aufgehen Nein Nicht mehr Doch Muss ich doch Muss Merlin weg Ist ja geil Dann du ne Das kann ja was werden Ich bin nicht vertraut in mich selber Ja Und so. Ihr seid so verrückt, ne? So. So. Irgendwann Philipp, wenn du die Fundament Spitzhacke willst, du musst eigentlich nur einen downen und dann musst du ihn einfach nur pickaxen, das zählt dann schon anscheinend. Obwohl es eigentlich schon Sinn ergeben würde. Die landet eine. Ja, eine landetür. Da müssen wir die Bots auf den aggressiv machen. Ja, der landet da vorne. Der landet da. Ich nehme den Kopf an. Lass mal sauer holen. Jeder kriegt eine Kiste und einen teilen wir uns. Oder ich nehme mir alle. Nein, das wäre gemein. Wieso wäre das gemein? Weil das nicht nett ist. Hey. Warum hab ich jetzt zwei Snipers? Ich hab drei Snipers. Es kamen einfach nur Snipers raus, ne? Ich hab nichts. Du hast doch eine biggie. Du hast die so viele biggies. Ich hab schon Many. Ich hab schon Many. Gönne dich Schlauch und gönne dir dann den biggie. ich kann doch es leuten wir sind es halt wirklich so ein bisschen Ah, Fisch, ein beautiful Fisch, äh, Philipp, hier ist das Lootport, guck mal, das Lootport ist hier, komm rein, dieses Lootboot, guck mal, das Lootboot ist hier, warum ist das Lootboot hier, warte, dann ist das Storch, wenn ich sie nicht, du verstößt das Lootboot komplett, dann haben wir Loot, ja doch, die waren schon welche, oder, nein, die waren schon welche, ja, Bastards, was magt ihr euch gegen Laps Philipp euch anzulegen, das gibt Rache, die Rache, der ist jetzt Philipp Klans, bei mir auch nicht viel, danke sei denn eine Abfrage, ich überleg, kann ich mich mit dem Boot wegen, oder lass mal, warte, ich merk's gerade, ich werd da hinten verkommen im Kreis, du steckst jetzt Philipp, und, also ich muss dich verteidigen und, und hinter uns, ich sag's dir ganz ehrlich, das sind die, die mich jagen, äh, Philipp, willst du zu mir hier hochkommen und oben campen, hä, warum fall ich runter, warum fall ich runter, wenn ich nach oben will, logik, ich bin einfach nur nach oben, ey, ich kann nicht landen, komm mal zu mir, hier ist mega der vier Spot, ja Philipp, ich hab auch einen Spot, ich finde, es gibt zwei Spots, es gibt zwei Spots, ne, wenn ich's auch anhabe, wenn ich's auch anhabe, ja bestimmt unter dem Arm, ich bin zwischen den Achseln, ich riech's an Achselschweiß, guck, hier auch, what the hell, der Kopf von Blaumütze sieht nicht so gesund aus, what the hell, ja, ja, das sieht sehr ekelhaft aus, ich weiß, warum sind hier, hier sind Möwen, gut, dann sind die Möwen, so, was machst du so, ich guck jetzt das Gesicht von Blaumütze an, und ich geh nach hier, so, Snowboard ist gar nicht gut, also ich brauch den Blick, ich will, da guck ich mir lieber die Beine an. Nee, du bist sack. Ey. Wir warten, wir warten, bis die Sonne kommt, wir warten, bis die Sonne kommt, okay? Hallo? Wir warten, bis die Sonne kommt. Ich muss raus. Ich muss raus! Ja, ich kann schon von ihr umfliegen einfach. So, dann guck mal, ich kann auf K. stehen, Philipp. Ich kann auch einfach auf K. stehen. Ja, guck, ich bewege mich sogar. Ja, flex. Ich kann auch so machen. Ja, die Beine. Boah. Ja, das ist so. Warum lacht ihr jetzt? Ich bin das gemein. Hä? Achso. Da kommt jemand von unten. Ich würde fast runtergefahren lassen. Wo bist du? Ich geh auf den Kopf. Wie? Vor allem, weil hier Gegner kommen. Du musst nach ganz unten und dann nach oben. Äh, die kommen, ne? Ich geh mal weg, ne? Bis dann. Hör mal, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin nach ganz unten und dann mit Schwung auch um. Ah. Ah. Ah, ja, jetzt ist es gerade. Und dann können wir die gut killen. Ja, die wissen nicht, wie sie hochkommen, ne? Klappt nicht so. Ich versuche die ein bisschen dead zu sprain. Oh, der war knapp. Oh, der ist gut. Oh, der ist weit, komplett. Er fliegt weg. Äh, warte, ich erst mal fischen, wenn ich hochkomme. Fischi. Hast du Heidung? Wo ist denn der? Erst da, hinterm. Lass mal ihn pushen. Ganz ärgig, weil die so aggressiv um uns gegangen sind. Oh Gott, ich bin gestorben. Ich dachte, ich sterbe. Ich bin genau hinter ihm. Der kommt nicht weg, wir bleiben genau hinter dem. Hatte's? Wieder hin. Oder zurück. Ich brauche, ich brauche Leben. Der kann auf Time spielen. Hab ihn. Lust. Nimm ich. Mingis. Lecker. Willst du den Stinger? Den Legi? Den Ding werden Stinger. Wir haben hier mit... Hier sind drei... Ich hab zwei Bigis noch, ne? Ihr, wenn du willst, kannst du den Stinger auch noch, ne? Vor allem, wie aggressiv die auf uns waren, ne? Ja, ja. Wir wollen uns unbedingt holen, dann hole ich sein Maid und laser ihn noch und dann läuft er weg. Schulkinder. Schulkinder. Siehst du? Der kommt da angerannt. Kannst du ja die Bigis auch noch mitnehmen, ne? Wirst du das Ding mitnehmen? Warte, soll ich? Ich wusste es. Da musst du es einfach mitnehmen. Gerne. Ich will eh es nicht mögen wieder. Warum, äh, Philipp? Ich hab doch gesagt 15, 16 Uhr. Philipp, guck mal. Ja? What is this? Warum fliegt das? Ich stehe unter dem fliegenden Seestern. Na schluss. Weiter. Ich fliege. Bei mir stehe... Oh. Ich hab ihn abgebohrt, hab zwei Steine bekommen. Oh, der Arme. Ich muss dafür nicht Fleisch kriegen. Die haben ja Fleisch. Warum kann man diese Steine formen? Sieht nicht richtig aus. Oh. Kann man mitnehmen. Nehme ich Nakamit? Ah, nehm ich Nakamit. Warum kann man die alle abfahren? Warum ist der so groß? Köchchen. Lass das mal bauen. Stimmt ja. Oh, wir müssen weit. Wir müssen bis nach... Lass noch hier gehen. Da sind Autos. Na ja, gar nichts ist groß. Ja, wir werden aber wahrscheinlich Gegner finden. Auf der Zeit. Ein paar Fehler. Weil die meisten... Gehen halt nicht in die Sonnennähe. Ja. Ja, gut. Ne, wird halt komplett voll bei mir noch nicht mehr. Warum... Was soll das denn nehmen? Na, Toiletten. Unser Stürmer auf Toiletten. Genau, oder? Dann kacke ich gleich nochmal Schildding aus. Schild... 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 Was für geht, ne? Was hast du da, Moni? MP und AR. Ah, MP kann ich mir geben. Hier, die Hälfte davon. Komm mal. AR bin ich auch grad nicht so voll. Jetzt kann ich endlich springen. Ey, das sind Clombo-Bären. Ich geh zu einem Clombo-Bären. Ich würde es doch fein, wenn es Clombo geben würde. Gibt es den hier drin noch? Den gibt es glaube ich nicht. In Arena. Ja, den Modus nicht, aber sonst gibt es... Der ist halt eine Lootmaschine, ne? Deswegen. Ach, zu okay. Äh, verdopp, guck mal. Da ist auch das, was da ist, oder? Was? Äh, siehst du das nicht? Auf der Karte rechts oben. Äh, hier sind welche. Hab einmal. Einer hat einen 94er. Ich spray rein. Die sind so genau dieses Ding an. Spray die jetzt voll, Alter. Ah, Mist. Da gehen von hinten Gegner ran. Komm mit. Mission Impossible. Dim 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 dim. Babam bam 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 bambam. Hab die Gegner nehme ich da drauf gelockt. Bam 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 bam. Ich hoffe die kommen jetzt in den Fight. Oder müssen wir nicht fighten. Ja, die kämpfen. Ja. Du wirst ja schon schießen. Ja, das ist Mr. M. Ich will. Ne Lila Stryker. Wichtig. Wichtig, richtig und merklich. Guck mal hier, kennst du den Ort hier? Von welcher Season der ist? Ich glaube nicht, oder? Wo das hier ist? Mit Iron Man? Ne. Da, wo er mit den Raketen durchgeflogen ist. Und hier ist somit einer. Ganz oben. Ja. Da kommt so der. Glaub ich. Ah, keine Waffen. Ich hab das auf jeden Fall gesagt. Ja, der müsste da oben hier sein, ne? Dann ist unten. Warte, dann lass mal an die Seilbahn, weil da können wir genug Schwung bekommen, sodass wir runter springen können. Hier sind Biggies, ne? Ich tue mal einen. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab sechs Minis und drei Biggies. Ich hab Problem. Ja, deswegen hab ich das ja gesagt. Okay, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin zu früh untergesprungen. Ja. Schaffst du das? Ja, okay, schaust du. Ich bin dumm gewesen. Ich merk's selber dumm. Ich merk's selber dumm. Ich merk's selber dumm. Ich merk's selber dumm. Manche meckern rum. Wenigstens einer, der so bei so nem Kram nicht rummeckert. Ah, drei Atex. Ich bin down. Ich bin schon wieder down. Ey. Ich verreck aber selbst, wenn ich nicht in den Song geh. Ja, ich sterbe. Alter, drei Atex machen Damage. Stirb, 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 frip, 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 frip. Das ist dein Ernst. Dein Ernst? Für das Team. Hast du Heilung? Ne. Perfekt. Für das Team. Das ist supergut. Das ist supergut, weil ich hab auch keine. Warte, willst du dich da ummachen? Oder ich soll dich wiederholen? Dann hast du mehr Leben. Du verlierst kein Schild. Für das Team einfach. Dann hast du 30 Leben anstatt ich glaube sieben. Das war eigentlich sogar wichtig, dass ich geholt hab, ne? Weil alleine wird man immer gut gepusht. Lass mal hier lang. Ich mag's nicht so. Hier außen lang zu gehen. Hier ist auch noch ein Busch. Ich weiß vielleicht nicht. Ich kenn das. Ich hab nen Kribbeln in den Füßen. Dafür. Ja. Ja. Oh jod. Den hab ich auch schon markiert. Verde. Achso. Hi. Bin oben. Mad Kid. Äh, hier oben ist äh, medicnable. Und ne. Dann nimm. Ich hab Mad Kid. Okay. Nimm die medicnable. Mhm. Ich besprung mich mit Waffen voll. Dann hab ich hier wieder geholt in Richtung 10. Ja. Wir müssen rennen. Ich bin voll. Wir müssen weiter. Guck mal. Wir haben beide wieder voll Leben. Perfekto. Äh. Ich glaube nicht. Sag sowas bitte niemals. Ich muss mit deinem Snipe ganz schnell schießen. Ich kann nicht gut schießen. Du musst den Druck machen. Ich kann den Druck machen. Ich kann den Druck machen. Ja, der baut sich vor. Ich schiebe aber ne Sonne. Äh. Ich mach mal hier und mein Schulte Reploy. Um mich zu healen. Ich mach den Druck. Ja. Ich bin dauernd. So gut wie. 7 HP. Und da sind noch Leute die snipen auch bei uns. Perfekt. Ey. Ich hab was. Ich hab was. Lass mich ruhig. Ja. Ich muss irgendwie hier hochkommen. Bei mir unten ist einer. Ist er hochkommen gerade. Ist die Heilung? Ist die Heilung? Ne. Scheiße. Ich hätt den Deck mehr drüben sollen. Äh. Der ist da drüben. Der ist da drüben. Oh. Da sind noch welche. Da sind noch welche. Da drüben. Ich hab ihn noch mal. Passt einer Knock. Och nein. Der hat den gesteilt. Müll. Shit break. Was ist der jetzt machen? Ich hab mir den Loot geholt. Der ist hier immer noch rechts unten. Okay. Der drüben so was. Ich muss runter. Das ist Flashy. Und. Und. Bei mir sind auch Flashy. Ich heil mich mal. Aber wir hätten den ersten killen müssen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. nicht Spiderman. Ich heil mich mal eins. Ich heil mich mal eins. Ich heil mich noch für dich oder für mich. Ich nehm's dich mal. Ich nehm' auch nicht mit. Hast du Moni irgendwie für mich? MP oh sorry? hier ist eine gute posi hier sind auch noch splashy hat sie braucht ich nehme die drei bg sie beide werden pushen wenn ich mal noch mal ich muss unbedingt aufpassen mit deinem leben riskiert hast du sehr gefällt das nicht so ein wasser ihr habt aber Oh, Lucky! Lucky boy. I'm dead. Maybe I'm dead. Eh, ich hab keine mitzmehr. I'm dead. Fucking dead. Ja, in mir! Digga, ich hasse diese Menschen, die random auf einen gehen. So schlimm. Hinter mir noch einer. Oh, ne. Aber, ey, dritter. Dritter ist besser als letzter. Oder vierter. Sei froh, dass wir überhaupt es geschafft haben, soweit. Jetzt sieht gut, Philipp. Kannst du auch was anderes spielen, wenn du keine Lust mehr drauf hast, oder? Ganz ruhig, Jungs. Das ist fast, was ihr hier macht im Chat. Kann man auch Gruppenkeile spielen, wenn du willst, ist deine Entscheidung. Das geht auch. Okay. Oh, ready. 15 Punkte. habe ich 6 und wenn wir es aufhören das ist dein ziel weißt du viele kronensiege berlin hat 55 glaube ich 50 50 50 Wolltest du Wasserball spielen? Fang! Wasserball. Wasserball. Komm, wir gehen mal diese Runde nach da. Nein. Nee, jetzt gehen wir da hin. Wahrscheinlich. Deine Entscheidung. Überleben das. Ich weiß auch, wo ich hingehe. Bisschen mitkommt? Oh nein, die ganze Lobby landen. Oh, nee. Philipp, komm zu mir. Nee, ich versuch's. Lande du safe, ich versuch's. Good luck. Danke, wenn du rum. Alter, lande gefühlt die ganze Lobby. Viel Spaß. Ja, dann ne ganze Lobby. Good luck, Philipp. Hab einen. Ich lute. Ich brauch ein Hühnchen. Zieh ein Hühnchen irgendwo. Der muss machen Hühnchen, oder? Oh Gott, chicken. 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 Where's the chicken? Dammit. Also, ich hab schon mal... Plus gemacht. Oh, Rühnchen. Also noch nicht ganz, aber... Ich brauch dringend ein Chicken. Oder ein Philipp. All zur beiden. Ich hab einen Heldshot sniped. Knocked. Tschüss. Das Team, was geht? Ich hab mir ein paar Risse, aber keinen Hühnchen. Seid so krank, Alter. Ich hasse meinen Chef. Ich brauch ein scheiß Hühnchen. Ich hab keine Hühnchen. Okay, dann komm ich zu dir. Dann komm ich zu dir. Dann komm ich zu dir für nur. Hallo. How are you doing? How are you doing, man? Oh, stop, ich hab meine Hühnchen. Was ist das denn? Ja. Ein bisschen. Bin ich auch? Komm mit. Ich bin... Okay, jetzt sind wir hier. Boah, ich geh rein. Ja, noch. Geh noch riskanter. Inso... Ich bin inso dick. Ziemlich dumm bin ich. Philipp, jetzt ein Auto? Ich bin ein Auto. Nein. Su? Oh Gott, ich bin nicht. Der holst mich. Ich geh hin! Deus, ich bin. Bist du soan? Han ist bloßk學matt? Er �豆 possibly? Nei... Hast du Kloß gemacht? Nee. Schade. Aber schau dir wahrscheinlich gleich viele Punkte wie letztes Mal. Danke sehr, Steven. Das ist so ein Müll. Axelote, was geht's? Ich grüße dich. Scheine, höre auf zu spammen. Alter. 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 Blöch. Das ist so ein Müll. Was machst du da? Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Was ist überhaupt im Shop? Eigentlich nur noch Müll. Ich sehe das. Wenn ich mir das. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Das ist so eine Frechheit. Was ist eine Frechheit? Dass sie der OG reingebracht haben. So sieht es aus, wechselte. Hallo? Hallo? Ja? Habe ich doch schon Mottes. Was? Was? Schaas? Schaas, hast du Mongos? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.